so gehen wir mal draußen und sachen wieder wo 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 blödes Vieh wie wo wo wie w Blö, ich bin nicht mehr! wieder alles verloren glaube ich muss mir zwischendurch mal solch wohnung bauen, weil ich da auch übernachten kann und nicht immer sterbe, wenn ich Sachen verliere Mistrick 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber ich kann ja wieder Birkenholz herstellen. Vielen Dank. Danke. 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 so geht wieder bergbau weiter oder der tagebau für mehr können wir mal nach unten gucken was unser pflanzensalat sagt das ist ja cool die pflanzen die wir hier haben können wir ja ein pflanzen und unsere ernte können wir ja hier rein haben wir noch im saal so weit so 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 wir können so ein haus bauen gehen damit wir auch überleben mit glasbohrstein und so so ist wieder hell ja so können wir rausgehen ach erst mal bauen wir hier weiter so braucht mehr stufen sand holen so wieder glas herstellen können so 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 wo bauen wir denn eine hütte überrascht werden so 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 so